Linus Hanselmann, 14 Jahre alt, Nachwuchsspringreiter aus der Schweiz und als jüngster Teilnehmer Gewinner des Förderprojekts der Swiss Team Trophy im Rahmen des CSIO St. Gallen. Bis jetzt bin ich noch nicht so nervös, aber wenn ich dann reinreite, bin ich wahrscheinlich schon ein bisschen nervös. Super schnelle Runde, gratuliere Linus. 52,02 Sekunden, das ist die schnellste Zeit, die wir bisher gesehen haben. Ja, erstmal ganz herzlichen Glückwunsch zum Sieg. Wie war das Gefühl eben auf dem Pferd? Gut, die zweite Runde ist besser gewesen als die erste. Ich habe richtig angegriffen und dann ist es aufgegangen. Was war das für ein Gefühl hier in diesem großen Stadion, wo gleich der Nationenpreis stattfindet, wo die besten Reiter der Welt reiten? Ein super Gefühl, weil es sind auch so viele Leute hier und die unterstützen auch. Was sind so deine sportlichen Ziele im Reiten jetzt noch in der nächsten Zeit oder in den nächsten Jahren? Im Sommer an die EM nochmal mit den Kindern und nachher immer höher reiten und besser halt. Hast du denn auch ein Vorbild im Reiten? Ja, Martin Fuchs. Und natürlich meine Mama.